Musik 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 Das ist sie, die kleine grüne Lunge, zugehörig dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter. Eine Gartensparte also mit Bremen, Zielen und Verpflichtungen, nicht zu verwechseln mit Hausgärten und Datschen. Noch ist unsere Anlage kahl, die Natur scheint zu schlafen. Ähm, doch nein, da blühte schon Galantus Nivalis, das Schneeglöckchen, dem Vorbote des Frühlings. Bald ist es also soweit und die Gärtner, wie hier Kunzes, können endlich wieder mit Hacke und Spaten dem Boden zu Leibe rücken und sich die ersten Schwielen an den Händen holen, wenn das Wetter ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Heute fast Sommer, morgen schon wieder Schnee. Doch Geduld, der Frühling kommt gewiss. Unser Vorstand ist dann auch dabei, den Plan zu überprüfen und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison zu schaffen. Es ist also alles soweit klar, fehlt nur noch die Vergabe des freigewordenen Gartens, unserer verstorbenen Mutter Feld. Ich schlage vor, Ihnen den Mitglied Claudia Hoffmann zu gehen, der alleinstehenden Frau mit den vier Kindern. Sind Einwände? Moment. Dieser ist elf Monate Mitglied. Ja, ein bisschen gerechter, sollte es ja wohl zugehen, nicht? Ich weiß, du denkst an deine Tochter, Harald. Allerdings. Mitglied seit vier Jahren. Und mein Schwiegersohn ist Schlosser. Eine Krankenschwester bietet auch Vorteile. Handwerker braucht unsere Anlage nötiger. Zumal du auf die Anerkennung als Naherholungsgebiet zusteuern lässt. Wir können nicht nur nach Berufen gehen, wir werden ja allmählich eine Handwerkersparte. Immer noch besser als eine Kinderreichensparte. Na, mach mal halb lang. Wie viele Kinderreiche haben wir denn? Jedenfalls haben wir Kinder genug. Jawohl. Kinderreiche sollen unterstützt werden. Das ist für mich gesetzt. Und für euch auch. Alleinstehend ist die Frau? Bitte? Geschieden. Ach, so eine. Jawohl, so eine. Eine tüchtige, patente Frau, die ihren Mann steht. Die es alleine bestimmt nicht leicht hat. Und du meinst, die schafft den verwahrlosten Garten der Feld? Die hat auch genug mit ihren Kindern zu tun. Das heißt, da von vornherein Augen zu drücken. Ich weiß nicht, was ihr gegen die vier Kinder habt. Unsere Großeltern, die hatten viel mehr. Vielleicht wären wir sonst gar nicht am Leben. Also für mich haben Kinder etwas... ...etwas Erquickendes. Sehr erquickend, wirklich. Fußball wird in der Anlage nicht gespielt, das wisst ihr doch. Wanne. Und da willst du noch vier mehr. Ja. Bitte, nach Kapitel 1. Frau Greffinger, bitte nach Kapitel 1. Frau Feier, bitte. Frau Hoffmann, einen Moment bitte. Ach, Herr Tim. Sie haben doch gar keinen Termin heute, wie es aussieht. Kommet privat zu Ihnen. Privat? Hier, der Schlüssel zu Ihrem Garten. Wie? Wir sind doch eine fortschrittliche Sparte. Kinderreiche Mütter rangieren bei uns an erster Stelle. Ich habe einen Garten. Ich habe einen Garten. Hier, die Schätzturkunde und der Pachtvertrag. Wenn Sie Zeit haben, studieren Sie alles. Danke, Herr Tim. Ach, Sie sind ein Schatz. Was ist denn da? Oh Mann, hast du einen Glück? Ja, ja, ja. Ich denke, da muss man tausend Jahre drauf warten. Weil vier Kinder. Kinderreich muss man sein. Ja, du siehst immer nur die Vorteile. Können wir sie an. Da ist ein Hallo zu Hause. Wir müssen einen Anruf anlegen. Wir müssen nämlich den Finanzminister... Siehst du Schlüssel? Ja. Ja, ich möchte bitte den Kollegen Schubert sprechen. Ich habe doch nie im Traum gedacht, dass er so schnell käse. Manfred? Ja, hier ist Claudia. Grüß dich, mein Dicker. Hey, Dicker. Ja, es gibt was, was Hübsches. Nein, nein. Kommst du heute Abend? Ja? Nein, wird nicht verraten. Ob Herbert mal an die Pflanzen denkt, die ich bestellt habe? Ja, danke. Wiedersehen. Gratuliere zum neuen Gartennachbarn, Frau Prinze. Hat Ihre Tochter den Garten bekommen? Das freut mich. Nun wird das begossen, ne? Ne, ne, so ist es nicht. Also meine Tochter muss noch warten. Ja, das ist eine Tochter. Ja, das ist eine Tochter. Wozu gratulieren Sie denn dann? Na, zum neuen Nachbarn. Das sind nette Leute. Sicher. Frau mit vier Kindern. Vier Kinder? Das hat uns noch gefehlt. Eben deshalb, ja. Fällt vielleicht auch ins Gewicht bei der Anerkennung als Naherholungsgebiet. Krieg ich den Garten nicht, Hauke? Na klar kriegst du die. Eine ganz große sogar. Und ich baue mal einen Hundezwinger. Du Spinne, Unkraut, jeden kannst du. Du denkst, wo der ganze Garten ist bloß für dich gedacht? Ne, aber die Gestaltung mache ich. Und ein Hundezwinger ist da bestimmt nicht mit, Frau Prinze. Da läuft eben mein Hund so rum. Einen Hund können wir uns gar nicht leisten, Jens. Aus dem Tierasyl kriegt man ihn ganz billig. Ja, und die Hundesteuer und das Futter? Na. Bäh. Ich möchte aber doch noch mehr Tiere haben. Also hört mal zu, ihr Mäuse. Wenn wir den Garten dehnen, dann können wir uns nichts anderes leisten in nächster Zeit. Den Gemeinschaft soll den Garten bezahlen. Ja, damit ist es nicht getan. Die Laube muss renoviert werden. Ein Farbtopf reicht da nicht aus. Neuanschaffungen sind auch zu machen. Wir wollen doch schließlich mal draußen schlafen. Also heißt das sparen. Nochmals sparen. Keine großen Fahrräder vorläufig. Mann, immer auf der Kleinmühle. Alles kann man nicht haben, Jens. Ist ja schon gut. Mutti, ich habe Hunger. Wir warten noch auf Manfred. Schade, dass wir nicht selber so viel Geld haben, um den Garten zu bezahlen. Haben wir aber nicht, Ilona. Oh, Manfred. Manfred. Wir haben eine Überraschung für dich. Da bin ich. Und fast pünktlich. Schön von dir. Komm rein. Was ist denn los? Hast du im Lotto gewonnen? Ah! Manfred, gibst du uns das Geld? Lass uns doch erst mal essen. Ja, wir können ja beides machen. Essen und sprechen. Ich habe übrigens auch eine Überraschung für euch. Noch schöner als ein Garten? Ein Boot. Ein Motorboot mit Kajüte. Da kannst du nur so über das Wasser flitzen. Ach, klasse. Du weißt, ich war schon lange scharf auf sowas. Ja. Würdest du bitte? Was soll denn dein Garten kosten? Fast 3000 Mark muss ich an die Erben bezahlen. Ich dachte, du könntest uns das Geld leihen. Und das Boot? Wir wollen den Garten. Stell dir mal vor. Urlaub auf dem Wasser. Wir können auf dem Boot schlafen. Und sowas kochen. Sind unabhängig. Heute hier, morgen dort. Sag mal. Für sechs ist da auf deinem Boot doch gar kein Platz zum Schlafen, ne? Nee. Ich dachte ja auch an uns beide in erster Linie. Ah. Und was mache ich mit den Kindern? Die Kinder? Ja. Ich möchte auch einmal mit dir allein sein. Ein paar Tage. Oder ein Wochenende. Kannst du das nicht verstehen? Doch. Die Kinder, die können doch auch mal zu den Großeltern fahren. Oder alleine bleiben. So klein sind sie doch nicht mehr. Ich kann die Kinder mal ein bisschen Freizeit nicht allein lassen. Den Garten. Die Garten, die Garten, die sind doch Sachen drin, die auf den Kompost gehören. Was? Ja, hab ich versehentlich. Tja. Die Frau vom Vorsitzenden und dann sowas. Dabei sind die Mülltonnen eh schon voll, das weißt du doch. Wird mich wieder vorkommen. Stör mich nicht. Was schreibst du denn da? Ein Antrag auf Freistellung. Ein, äh, ein was? Ich hab ein Kind gekriegt, da kann ich ihn ja aussetzen. Ha. Großmütter, gilt doch nicht für dich. Lass mal. Ich hab heute mit der Kindergärtnerin gesprochen. Na und? Ja, es wär ratsam, wenn wir Dirk erst mal ein Jahr aus dem Kindergarten rausnehmen würden. Was? Ja, die hat mir einen ganzen Vortrag darüber gehalten, wie das so lang geht. Dieser, dieser ganze Kladderadatsch mit den Eltern. Das kriegen die Kinder mit und können's nicht verkraften, ne? Die Scheidung. Na und bei Dirk kommt noch dazu, dass er wenig Mutterliebe bekommen hat. Sonst hat ja Heiko den Jungen nicht zugesprochen bekommen, ne? Kommt einmal vor in 100 Filmen, ne? Hab ich mal gelesen. Ja, jedenfalls hat Dirk einen ganz schönen Knacks weggekriegt. Wie hat sie gesagt? Dramatische, nee. Anzeichen auf traumatische Neurose nennt man das. Ja, so hat sie gesagt. Du, das kann bis zum Bettnässen führen und noch viel mehr. Ja, ja, umsonst kommt der Kliniker auch nicht jede Nacht weinend zu mir ins Bett gesaust. So? Hab ich ja noch nie was von gemerkt. Schläfst du ja auch wie ein Wurmeltier. Ja, ja. Kinder lassen sich scheiden und Großmutter muss ihren Beruf an den Nagel hängen. Für meinen Enkel tue ich noch viel mehr. Du, hier muss es sein. Ich würde sagen, voriges Jahrhundert. Neue Farbe macht viel. Ganz schön groß, das Ding. Das ist aber auch alles. Das ist eine Bruch, Bruder. Gib den Schlüssel zurück. Das Ding ist unmöglich. Ich habe, weiß Gott, nicht viel erwartet. Aber das hier, nee. Das musst du dir leer vorstellen. Frisch gestrichen, tapeziert. Und nur mit Farbe allein ist es da nicht getan. Das muss alles neu verputzt werden. Und ob der Ofen wenigstens noch heizt. Die Decke, die muss auch neu eingezogen werden. Du wolltest mal sehen, was da oben ist. Manfred, komm doch mal. Ist das ein großer Boden. Daraus mache ich ein Kinderzimmer. Darf ihr das Boot sausen lassen? Das wäre Wahnsinn. Das siehst du doch hoffentlich ein. Das Boot, das Boot. Du bist ein Ehoist. In der Laube haben wir alle Platz. Natürlich muss sie renoviert werden. Und wer soll das machen? Ich. Meine freie Zeit soll ich jetzt damit verbringen. Nee. Ich habe Erholung nötig an den Wochenenden. Ich will Boot fahren, ich will angeln. Verstehst du? Du kannst nicht immer nur an dich denken. Ich kann uns scheinbar überhaupt nicht mehr an mich denken. Mensch, hier bricht doch unser Kerl in dieses Liebesleben völlig zusammen. Aber das scheint dir ja egal zu sein. Das ist mir nicht egal. Aber ich bin nicht nur deine Geliebte. Ich bin auch eine Mutter von vier Kindern. Also ein bisschen anders. Das hat mir unser Verhältnis schon vorgestellt. Immer nur die Kinder, die Kinder. Und ich werde zur Kasse gebeten. Das scheint dein ganzes Interesse zu sein. Du musst nicht. Du bist ja nicht mit mir verheiratet. Du bist gar nicht so sicher, dass diese Frau unsere Nachbarin wird. Sie kann den Garten nicht bezahlen. Und die Liebhaber will nicht rüber mit dem Geld. Das baut schon ein Nest, siehste. Oh, Friedhelm, das ist doch dein einziges Interesse. Heutzutage ist doch Geld für eine kinderreiche Frau kein Problem mehr. Kann dir da keine Hoffnung machen. Bei denen ist das eine prinzipielle Frage. Wieso denn? Wer hat gemerkt, wie raffiniert die ist. Und dass die ihn nur ausnimmt. Ist die noch da? Also, die muss ich mir mal ansehen. Einen recht schönen guten Tag. Guten Tag. Ganz schön runter, die Naube. Ach, das wird schon werden. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, sicher. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo drückt der Schuh? Der Preis. Ist das nicht ein bisschen teuer? Für den Zustand der Laube. Ich werde noch eine ganze Menge reinstecken müssen, um sie bewohnbar zu machen. Alles ganz genau getaxt worden. Ich finde es nicht zu teuer. Aber wenn Sie meinen, können Sie noch mal taxen lassen. Geht dann natürlich auf Ihre Rechnung. Oh, nein, 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 nein. Da kommt sicher auch nichts anderes raus und ich zahle noch zu. Und die alten Sachen, also die Möbel, die muss ich dann wohl abtransportieren lassen, nicht? Dafür hat die Erwin eine kleine Summe absetzen lassen. Auf meine Veranlassung. Nehme ich jedenfalls an. Was ist denn noch? Herr Tim, mein bekannter will den Garten nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Ja. Aber das bildet der sich doch bloß ein. Es gibt doch nichts Schöneres, als zu sehen, wie alles heranwächst. Das eigene, das man selber gesät und gepflanzt hat. Wenn er das erst mal mitgemacht hat, dann... Wie ist das heranwächst? Bis dahin habe ich ihn vielleicht schon verloren. Sieh doch nicht. So schnell geht die Liebe nicht in die Binsen. Und wenn, dann war die Beziehung unter uns einen Dreck wert. Sie haben recht. Das wird noch ein ganz prima Gärtner. Passen Sie auf. Wir beide, Sie und ich, wir werden das schon schaffen. So, jetzt trinken wir erst mal eine Tasse Kaffee. Oh, Frau Tim, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich muss nach Hause, die Kinder. Dankeschön. Also, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Hoffmann. Wiedersehen. Sie werden es nicht bewollen. Wiedersehen. Wiedersehen. Wie kannst du denn die Frau so überreden? Wir zwei, wir werden das schon schaffen. Ja, wenn nicht sie, dann du. Du schaffst alles. Ist ja prima, was man so sieht. Ja. Aber nun verrat mir mal den Haken. Was denn für ein Haken? Irgendwas ist doch damit. Sonst verkauft man doch so ein Boot nicht. Na komm, rück schon raus damit. Du wirst ja Spaß. Da gibt's keinen Haken. Wir ziehen weg, das ist der Haken. Antwort zu lang. Brauchst nicht zu nehmen. Wird eine Menge andere Interessenten. Na gut, machen wir den Kaufvertrag. Versteht doch. Ich musste das Boot nehmen. Konnte mir das nicht entgehen lassen. Also ein Kahn, sage ich dir. Einwandfrei. Du hättest dich genauso entschieden, wenn du mitgewiesen wärst. So. Nun haben wir Boot und Garten. Da werden wir wohl unsere Freizeit auch noch getrennt verbringen. Dann gib den Garten zurück. Das gleiche kann ich von dir auch verlangen. Na dann machen wir es doch so. Den Garten für die Kinder und für uns das Boot. Manfred, ein paar Stunden, mal einen halben Tag kann ich mit dir auf dem Boot verbringen. Aber kurz oder lang ist das unser Ende. Das ist doch Quatsch. Ich glaube, wir würden uns viel Kummer und Enttäuschung ersparen. Wenn wir gleich auseinander gingen. Besonders glücklich siehst du aber nicht aus. Ich habe meinen Dicken rausgeschmissen. Was? Ja. Er hat für sich ein Boot gekauft. Na deswegen schmeißt man keinen raus. Doch, das ist egoistisch. Er denkt, ich fahre mit ihm auf dem Wasser hin und her und überlasse die Kinder dem Selbstlauf. Dass du es nicht leicht hast, das weiß ich. Aber er auch nicht. Weißt du, was ich denke? Der versucht nichts weiter, als mal ein Stückchen mehr von dir zu erwischen. Da wirst du dich eben geschickt durchlavieren. Durchlavieren? Als ob das das A und O wäre. Wie denn sonst? Ja, du verstehst ihn ja noch. Ja, natürlich. Die Entscheidung, ein Boot zu kaufen, ist eine Entscheidung gegen meine Kinder. Hör aber auf. Kein Mann ist auf Anhieb Vater. Und dann gleich viermal. Der muss sich eben langsam dran gewöhnen. Das wird schon. Na, dann ist erst mal alles kaputt. So ein Quatsch. Kannst du mir ein paar tausend Mark borgen? Nee. Ich hab mir doch gerade die Auslegware gekauft. 200, ja? Sag mal, weißt du das nicht? Du kriegst ja auf jeder Bank einen Kredit. Wir müssen noch weiter, Kinder. Mensch, Mutti, ein richtiger Zirkuswagen. Kommt. Kriegen wir auch so eine schöne Laube? Ach, wo denkst du hin, Jens? Wir haben eine alte. Wie alt ist sie dann? Oh, die ist gebaut worden, als es noch Geister und Kobolde gab. Ja, so alt ist die. Es sollte mich nicht wundern, wenn in einer Ecke noch ein Kobold säße. Puh, gibt's doch gar nicht. Doch. Hausgeister gibt es nicht, Mutti? Doch, ich denke schon. Zudem muss man ganz lieb sein, sonst wird man bestraft. So ist es. Du bist süß, Mutti. Vorbeugen ist besser als heilen. Toller Käfer, die Kleiner, was? Ja, Borkenkäfer mit der Stupsnase. Guten Tag, Frau Kunze. Doch, Herr Fiedler. Nehmen Sie mir nicht meine Arbeit weg. Ich kann doch nicht immer Ihre Hilfe reflektieren. Ach, ich mach's doch gern. Aber alt ist denn so, es ist doch noch so früh im Jahr. Der Kaninchen Mist muss weg, sonst kann ich in 14 Tagen nicht pflanzen. Ach, wissen Sie, ich mach's gleich. Hm, ist ja nicht viel. Ihre Dienstschuhe. Die haben sowieso bald ausgedient. Sie haben es auch nicht leicht. Immer auf Beerdigung. Nun ja, der Tod will nun mal bedient sein. Aber wir sind ja nicht unmittelbar dabei, ne? Ach, da kommen meine neuen Nachbarn vorbei mit der Ruhe. Hören Sie bloß. Hey, Jens, kannst du nicht warten? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey, Lars, wir haben einen Schlüssel. Jens, los. Rad holen. Wie die Welt. Ja, schön, ne? Ich meine, für mich. Leben, verstehen Sie? Hey, jedes Mal, wenn ich vom Friedhof komme, da spüre ich die Unwiederbringlichkeit. Tja, von elektrischen Leitungen verstehe ich nichts, leider. Aber... Harry, Harry Hahn kann helfen. Ja, auf dem Weg zur Kantine fahren Sie mal bei Hans vorbei. Lilienweg Nummer... Ja, ich weiß doch, nur über 28. Ha, zähle 28, Buni. Hm, versuche ich's dort. Lerne ich gleich ein paar Leute kennen. Na du? Ich hab auch so einen Knirps, wie du einer bist. Wär doch sicher ein Freund für dich. Ach, Dirk, macht mir Sorgen, er isst so schlecht. Stundenlang kaut er an seinen Mahlzeiten rum. Was macht man da? Hungern lassen. Nur ja, nicht zum Essen zwingen, sonst grault er sich vor jeder Mahlzeit. Der kommt schon von ganz alleine. Also, dankeschön. Wiedersehen. Hungern lassen, ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Tja, mir leuchtet das ein. Ah. Tut mir leid. Tja, nichts zu ändern. Aber wenn Ihr Sohn kommt, sagen Sie ihm Bescheid? Natürlich. Danke. Wer war denn das? Du bist ja doch hier. Wo soll ich denn sonst sein? Das war die Nachfolgerin von Mutter Feld, das Licht brennt nicht. Sie dachte, du könntest. Aber nun will sie sich anderweitig helfen lassen. Von wem denn? Weiß ich nicht. Von Tim, glaube ich. Von Tim? War wohl mein Typ. Eine Frau mit vier Kindern. Sieh sie noch vor mir, ihre alte Tante. Jeden Mittag pünktlich zwölf Uhr steckte sie den Kopf durch die Tür. Man konnte die Uhren danach stellen. Natürlich war einmal eine Portion übrig, nicht? War ja auch ein armes Luder, das keine großen Sprünge machen konnte. Sie hatten so gar keine Verbindung mehr zu ihr. Nein. Etliche Jahre schon nicht mehr. Ja, da haben sie sich noch frisch und munter in Erinnerung. Nicht so wie wir. Gott war das Mutchen zusammengeschrumpelt. Und ganz richtig im Kopf war sie mitunter auch nicht mehr. Einem Hobbygärtner wäre gekündigt worden. Aber sie war ja Dauerbewohner. Was blieb uns übrig? Wir mussten uns um sie kümmern. Das Nötigste im Garten hat man Untermieter für sie getan. Ja, sie war ja auch gut zu leiden. Immer vergnügt und dankbar. Ja, nur in ihr Haus hat sie niemanden gelassen. Etwas wollte sie auch machen. Ja, wir haben es zu danken. Wir hätten uns kümmern sollen, aber die Zeit, die Zeit. Doch die Reue kam zu späte, wie Wilhelm Busch zu sagen pflegte. Tja, plötzlich hatte sie den Löffel aus der Hand gelegt. Lag ganz friedlich in ihrem Bett. Und versanft den Schlafen. Ja. Wie schön. Ein leichter Tod ist wie ein großes Los. Viel. Guten Tag. Frau Steiner? Frau Hoffmann also. Ja. Guten Tag. Ich bin Tante Kalkreuth, die Wirtin des Spatenheils. Ah, das ist schön. Ja, wir haben uns schon gesehen. Fiedler. Hoffmann. Angenehm. Bitte schön. Dankeschön. Möchten Sie was trinken? Nein, nein, ich bleib nicht langer. Danke schön, das geht schon. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, Frau Steiner. Wollen wir gleich zur Sache kommen, die Sie wünschen? Sie wollten Bargeld oder ein Schenke. Leider muss ich Sie um Ihre Kontonummer bitten. Das Geld wird direkt von der Kreditabteilung auf Ihr Konto überwiesen. Schade, dass Sie nicht auf die Idee gekommen sind, uns ein Telegramm zu schicken. Da hätte ich mir heute den Weg sparen können. Ach, Sie sind nur wegen des Geldes hierhergekommen. Allerdings. Willst du das schon noch? Was ist denn den her? Jens, guck mal, Lars hat 20 Mark gefunden. Gefunden? Wo? Im Hut. Das ist mein Geld. Such dir selber, weil ich vielleicht, der Hausgeist, auch was für dich verstecke. Du selbst so ein Hausgeist. Oh, Mensch, das ist ein Ding. Sucht alle mit. Schade. Frau Kunze, der Konsum hat eben angerufen, ist es lieb rumgekommen. Können Sie mal aushelfen? Ja gut, hör sich das bloß an. Mach mit kleinen Holz. Naja, mir soll es recht sein. Also, Sie wissen Bescheid, ja? Ja. Na, hat es geklappt mit Taviha? Sind Ihre Kinder immer so laut? Was ist denn hier passiert? Seid ihr noch zu retten, die Nona? Na, was gibt es denn Schönes? Mutti, wir sind reich. Das war der Hausgeist, Mutti. Ja, was denn? Ich hab's im Hut gefunden. Ich hab's im Hut gefunden. Blut in den Kochtopf und Teile im Vanille. Das gibt's doch nicht. Das heißt doch an der Pappschachtel. Das hab ich gefunden. Ich werd verrückt. Oh Gott, passt mal auf Kinder. Es ist ja niemandem an Bord, ja? Geht erst mal raus in den Garten. Guckt euch ein bisschen um. Ja. Was mach ich denn noch? Mutti, ein Mann. Ja, ein Mann. Guten Tag. Guten Tag. Die Leitung streikt, sagt meine Mutter. Ach, Herr Hahn. Ah ja. Das ist schön. Die Kinder wollten mich auch freuen. Na, muss ja eh alles raus. Jetzt wissen Sie doch nicht. Ja, wo war der Sicherungskasten? Ich glaub hier. Ah ja. Na, was ist? Die Sicherung ist kaputt. Ach. Das ist eben alles alt hier. Mhm. So. Ich danke Ihnen schön. Keine Ursachen. Ganz schön alter Pott hier, ne? Mhm. Haben Sie sicher was vorgenommen? Sieht schlimmer aus, als es ist. Wollen Sie den Kahn alleine flott kriegen? Ja, ich denke, ich muss wohl. Ja. Bis auf das da. Da muss natürlich ein Fachmann ran. Ja, aber... Topizieren, malen, das mach ich selber. Ja, die Frauen heutzutage. Na, wenn Sie nicht gleich einen Handwerker kriegen. Das hier könnte ich Ihnen machen. Wirklich? Mhm. Oder nehme ich Sie gleich beim Wort? Gut. Nächsten Samstag? Ja? Nachmittag? Ja, abgemacht. Wie geht es zum Thema? Ja, ich bin glücklich. Wie geht es zum Thema? Ich bin glücklich. Ich heiße Frank. Guten Tag, Frau Hanke. Guten Tag, Frau Kunz. Guten Tag. Hallo. Ich bin der Dirk. Und du? Ich bin der Lars. Weißt du nicht, wo der Konsum ist? Das weiß ich. Zeigst du mir ihn? Ja. Das ist Konsum. Was spielst du am liebsten? Ich fahre gern Fahrrad. Lars, wo gehst denn du hin? Konsum. Na, die neuen Nachbarn? Guten Tag. Nein, nicht doch. Ich heiße Holger. Holger Kunze. Ilona Haufmann. Ich finde es nett, dass wir jetzt eure Nachbarn haben. Soll ich dir graben helfen? Ich hab nichts dagegen. Gut. Ich nehme erst mal was rein. Soll ich dir den Karakanis mit drüber holen? Dann werden sie das wachsen hören. Sehr prima. Ja. 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 Kleiner Mann. Die gefallen dir wohl. Ja. Ja. Und es gibt bald wieder Nachwuchs. Die Hesel hat schon ein Nest gebaut. Ja. 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 Vierbeinigen Spielgefährten. Ich wollte gern den haben. Was weiß ich das? Du bist ja nicht gerade arm. Gehört das alles dir? Hab ich gesprochen. Ja, weißt du, ich verkauf gar keine Kaninchen. Das würde auch zu groß werden für dich, so zum Spielen. Dafür wäre ein Zwergkaninchen geeignet. Ein Zwergkaninchen? Ja, ein Hermelinchen oder Farbenzwerg. Aber wo gibt's denn die? Warte mal, Farbenzwerge, die hat der Gartenfreund Rödel. Na, wo wohnt denn der? Das erklär ich dir. So schön. Wonach kramst du denn? Mein Dicker. Ich kann euch doch nicht auf dem Trocknen sitzen lassen. 1.000 Mark und dich abzweigen. Als Starthilfe für die Renovierung. Danke. Du bist lieb. Komm, ich zeig dir was. Was sagst du dazu? Ob ich das mitgekauft hab? Was ist das für ein Vogel? Das ist ein Spatz. Das ist ein Spatz. Das ist ein Spatz. Und was ist das? Auch ein Spatz. Bei euch sind alles Spatzen. Wie? Der große Schwarze war eine Amse. Und der kleine eine Meise. Lernt ihr noch? Bist du vom Zirkus? Jetzt nicht mehr. War ich aber mal. Tag, Obertreuholz. Ach, Frau Kunze. Schönen guten Tag. Hab eine Menge Nistkästen gebaut. Wollten Sie nicht auch einen? Ja, kann ich ihn gleich mitnehmen? Na, dann werde ich einen holen. Na, jetzt weiß ich, schmeckt's? Ja. Ja. Was ist das? Ein Nistkästen? Das ist ein Vogelhaus. So ist es. Und da die Vögelchen unsere Verbündeten bei der Bekämpfung des Ungeziefers sind, müssen wir für sie sorgen. Ich möchte auch so ein Haus haben. Dann lass dir von deiner Mutti zwei oder drei Mark geben. Ich hab selber Geld. Das gehört doch nicht alles dir. Doch. Was tatsächlich? Ich hab mir der Hausgeist geschenkt. Finde ich richtig prima von dir, dass du mir isst. Geht ganz schön übers Holz, wenn man's nicht gewohnt ist. Was? Hm. Tag, Holger. Dein Vater zu Hause. Tag, Herr Winter. Nein, er ist mal kurz weggegangen. Es tut sich ja schon was. Naja, es muss ja mal werden. Das ist Herr Winter, unser Gartenfachberater. Klasse. Wenn Sie mal Fragen haben. Da hab ich gleich mal eine. Schieß los, Mädchen. Die Bodenbeschaffenheit. Die Reaktion, mein ich. Ist die in der Anlage neutral? Kennen Sie den pH-Wert? Du schmeißt ja mit Fachausdrücken um dich, als müsste es nur so sein. Möchtest du ja auch mal Gärtnerin werden. Schöner Beruf. Lass eine Bodenkontrolle machen, Kollegin. Kann ich das nicht selber? Kannste. Besorgt dir Lackmuspapier, blaues und rotes, dann nimmst du von verschiedenen Stellen Proben und mischt sie gut. Dirk! Dirk! Der ist mit unserem Lars unterwegs, Frau Tim. Der hat sich aus dem Garten sonst noch nie allein herausgetraut. Na, vielen Dank. Weiß ich mir nicht, ist Bescheid. Und wissen Sie, woher das Geld stammt? Gefunden. In der Laube. Nein. Der Hausgeist hat es für Sie versteckt. Überall. Und eine Menge. Das würde den Einkauf des Mädchens im Konsum erklären. Die alte Feldwehr hätte das gedacht. Können Sie mir mal dies mitbringen, können Sie mir mal das mitbringen und wir haben es gemacht für ein Dankeschön. Ja, die tat ja immer so ärmlich. Wo sie die Scheine alle verlegt hatte und nicht wusste, wohin. Die wissen doch, die lebt doch an Gedächtnisschwund. Aber, da sie bei Tante Kalkreuthers Mitteressen bekam, das wusste sie ganz genau. Ja, ich muss sofort zur Kalkreuthers, das wird die interessieren. Dann gehen wir zu Tims, nicht? Denn genau genommen gehört das Geld uns. Hat sie meinen Geldbeutel nicht zerstrapaziert? Aber Sie und die Kalkreuthers sind natürlich übel dran. Ja, wohl, Sie sprechen aus dem Herzen. Was weiß denn der Kleine, was viel oder wenig ist? Vielleicht haben Sie ein paar Scheinchen gefunden. Na und? Sollen Sie? Paar Scheinchen? Paar Scheinchen hat sich die alte nicht beiseite gelegt. In all den Jahren. Ich sag Ihnen, das geht in die Tausende. Frau Kunze, so schnell sind Tausende nicht zusammen. Und wenn doch? Ihr habt auf gar keinen Fall Anspruch auf das Geld. Das glaube ich auch. Wie soll man Geld für geschenkte Suppen einklagen? Aha. Da haben wir also für die neue Pächterin die Laube finanziert, ja? Ja, das hätte ich wissen sollen. Jedes Kilo Zucker hätte ich mir von der Fett bezahlen lassen. Von Ihrem Zucker kommt die Laube nicht zusammen. Einenfalls das Plumpsklo. Jedenfalls sind wir ganz schön reingefallen mit unserer Gutmütigkeit. Ich werde weg oder nicht? Ich würde Sie behalten. Mutti, Mutti, eine Vogelwohnung. Och, wo ist denn die her? Der Opa von dem Zirkus. Aha. Was denn? Ich habe nur einen Fein gegeben. Und so viel Brot gekriegt. Och. Na sag mal, was machst denn du? Läufst in der Gegend rum, kaufst Nistkästen. Wir warten doch auf dich. Da muss einer ein Baum geheimt werden. Heute nicht drin. Jens! Birgit! Ja? Seid ihr fertig? Ich bin fertig. Was ist denn das? Ein Farnzwerg. Ein was? Ein Zwergkaninchen. Ohne mich zu fragen. Na, wo wir jetzt doch das viel Geld haben. Also los. Na, ihr ist den Tag gut überstanden. Oh ja, danke. Wiedersehen. Geheimlich. Frau Hoffmann? Was ich Sie noch fragen wollte. Sagen Sie mal die alten Sachen, die Sie da ausrangiert haben. Ja, ich weiß. Kein schöner Anblick. Ich lasse nächste Woche wegbringen. Nein, so war das gar nicht gemeint. Vielleicht sind noch brauchbare Dinge dabei, nicht? So, ich wüsste einen hier, den ich damit eine Freude mache. Ach so, gern. Bedient Sie sich. Ich gebe Ihnen den Schlüssel am besten, ja? Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Gute Heimfahrt. Muss der Oma aber sagen, wenn du aus dem Garten gehst. Ich war doch bloß mit meinem Spielfreund in Kansom. Naja, musst du deshalb trotzdem sagen. Omi macht sich doch sonst Sorgen. Ui, schwuppdiwuppdiwupp. Tja, diese Kunze. So was von. Klein klarierter geht's wirklich nicht. Naja, beim Gelder hörte Freundschaft eben auf. Das war immer so. Wer weiß, ob da überhaupt was dran ist. Irgendwas Wahres wird schon dran sein. Dann fang du nicht auch noch an. Jedenfalls ist die Hoffmann ganz schön in Misskredit geraten. Erst diese bevorzugte Gabenvergabe. Und nun das. Fertig. 800, 850, 870. 4.870. Nicht schlecht. Mensch, Mutti. Jetzt müssen wir doch nicht mehr an allen Ecken sparen. Und wenn das Geld nicht mit in den Kauf fällt? Aus dem Schneider bist du auf alle Fälle. Na, kein Mensch weiß, wie viel du gefunden hast. Also? Gibst du nur ein paar Hunderter zurück. Sagen wir, 3000 Bälse für dich. Naja. Die Erben nehmen sowieso an, dass du den Löwenanteil für dich behalten hast. Die Kinder kennen aber den Betrag. Dann schenk ihnen reinen Wein ein. So kleinlaut, wie sie jetzt sind, nachdem sie dir den Punt vermasselt haben. Werden sie schon dicht halten. Mutti. Du musst noch mal in die Taten schreien. Nö, eine 2, Jens. Prima. Ach, Mann. Warte mal. Was denn? Wie viel? Die Arbeit kenne ich ja gar nicht. Aber unterschrieben ist sie. Ilona, hast du das gemacht? Das hat Jens selber gemacht. Olle Pätze. Ich wollte dich doch bloß nicht mit der 4 verarbern. So, bloß. Weißt du, was das ist? Das ist Betrug. Entschuldige bitte, Mutti. Ich will ehrliche Kinder und keine Betrüger. Jetzt ab ins Bett. Ich will dich heute nicht mehr sehen. Ich könnte die Kinder bei der kleinsten Unehrlichkeit nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Es geht nicht. Ich wollte Pflanzen kaufen. Aber wenn uns das Geld nicht gehört, von Unterschlagenem nicht. Arm, aber ehrlich. Das sehe ich. Hält Sie, das geht doch nicht. Kommen Sie mal runter. Ja, ja. Hören Sie nicht, das wöhle ich. Kommen Sie bitte rum, weil Sie kaufen noch nicht. Doch, das jetzt wieder. Ja, war gut. Moment, Moment, Moment. Was ist denn hier? Frau Kunze, ist das nicht ein bisschen viel, was Sie dafür verlangen? Wieso denn? Ja, komm mal hier. Wunderbar, alles verhökert. Das hat sich gelohnt. Meine Auslagen für die Feld sind wieder drin. Was? Du verhältst das Geld? Was hast du denn gedacht? Na ja, dass du es den Hoffmanns gibst. Du machst mir Spaß, wie? Die wollten die Sachen zum Sperrmüll fahren. Die wären doch gar nicht auf die Idee gekommen, sie zu verkaufen. Ach Quatsch, die waren doch nur durcheinander den ersten Tag. Ah, und dann meint ihr, ich muss für die Verkäufer machen, ja? Du bist doch vom Fach. Soll ich so kess? Frau Hoffmann hat mir die Sachen geschenkt. Froh war sie, dass ich ihr eine Arbeit abgenommen habe. Schon gut. War ja von vornherein klar. Selbstlose Verkäufer pflegen sich nicht so ins Zeug zu legen. Tschüss. Ahoi. Ach so. Ja. 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 Haben Sie vielen Dank für die Auskunft. Hm? Wie gewonnen, so zerronnen. Sag mal. Wolltest du wirklich alles abliefern? Hm. 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 Ehrlich? Mir kannst du es ja ruhig sagen. Hm? Wirklich? Das finde ich enorm. Ach, hör auf. Ach, das fällt mir schon schwer genug. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Sag mal, wer kommt denn nun jetzt noch? Ach. Ach. Herr Schwester, bitte. Frau Hoffmann, kann ich Sie mal in den Augenblick sprechen? Herr Timm! Bringen Sie eine Hiobsbotschaft? Hiobsbotschaft. Niemand nimmt. Ist es wegen des gefundenen Geldes? Ja, es ist klar. Aber nur keine Hemmung, Schwester Petra weiß davon. In der Anlage spricht man von dicken Beträgen. Ich habe mich sicher, als habe ich beim Justizjahr erkundigt und der meint, dass... Dass ich keinen Anspruch habe. Ja, ja. Sie wissen schon. Ich habe mich auch erkundigt. Ihre Tante müsste es Geld nicht gerade gehiebt haben, dass sie es in jede erdenkliche Ritze gesteckt hat. Oder sie hat es zu sehr gelübt. So, wenn Sie mir das bitte quittieren möchten. Bitte. Moment. Es sind immer tausend. Darauf können Sie sich verlassen. Hätte ich nicht Anspruch auf Finderlohn? Finderlohn? Das ist kein Pfund, weil nicht verloren gegangen. Ein materieller Vorteil war das, auf den Sie keinen Anspruch hatten, zu dessen vollständiger Herausgabe Sie verpflichtet waren. Ja, ja. Außerdem glaube ich, dass das... Was glauben Sie? Na, was schon? Lass gut sein. Komm. Du warst doch selber der Meinung, dass das nicht alles ist. Stimmt. 50 Mark haben meine Kinder für Kinkerlitzel ausgegeben. Da, nehmen Sie. Rass! Wie das hier? Lass Sie doch denken, was Sie wollen. Hauptsache, wir haben ein kleines Gewissen. Was denn das? Leer du mich die Menschen kennen. Die hat die gute Hälfte behalten. Das kann man nicht so sagen. So. Ohne Beweise. Ach, die Eulen, du. Das war eine Spannerei. Der Hausgeist soll den das wieder wegnehmen. Ja. Jetzt hör doch bloß mit deinem Hausgeist auf. Den gibt's doch nur im Märchen. Stimmt das, Mutti? Ich weiß nicht. Da verkaufen wir eben mein Kaninchen. Da haben wir wieder 20 Mark. Nein, Jens. Unseren Mucki behalten wir. Guten Tag. Ach, Frau Kunz. Ja, ich möchte Ihnen was bringen, Jinta. Ich hab die Sachen nämlich verkauft. Die alten Klamotten? Sind doch heute wieder sehr gefragt, nicht? Mensch, Mutti. Na ja, aber ich hab Ihnen doch gesagt, Sie können damit machen, was Sie wollen. Ach, ein Trostklaster brauchen Sie schon nach dieser Enttäuschung. Bitte. Aber Sie haben doch damit so viel Mühe gehabt. Ach, nicht der Rede wert. Ich... Ich hab Sie auch ein bisschen überrumpelt, nicht? Ich hab nämlich ganz genau gewusst, dass man die Sachen verkaufen kann. Also dann, wiedersehen. Du, die ist doch viel zum Arsch. Und der fällt dir auch auf die Nase. Warte, ich hol dir unsere. Wirkt sich ein bisschen viel ins Zeug für das Mädel, nicht? Sie gefällt ihm eben. Mit 15 sucht man sich schon bei einer Freundin. Zum Glück sind die keine Dauermiete. Holbert, der Zaun ist doch schon schadhaft. Da macht sie auch nichts. Das Flugloch nach der Morgensonne. Weiß ich doch. Komm rüber, Dirk. Gleich siehst du, wie ein Vogel einzieht. So schnell geht's nicht los. Nee, in unserem hat erst das zweite Jahr einer gebrütet. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal. Soll ich helfen? Nee, danke. Mach das schon. Wo ist Mutti? Drinnen. Oh, Mutti. Darf ich auch noch? Nö. Mutti. Ach. Ach. Aha. Du schlägst die Laube ein. Aha. Schön, dass du kommst. Ich dachte, ich muss dich trösten. Tja. Weißt du, die Menschen sind komisch. Bekommen einen Haufen Geld und können sich vor lauter Misstrauen nicht mal freuen darüber. Also hatte ich recht. Hm. Hast du denn davon immer noch nicht genug? Ach. Jetzt kann es nur noch besser werden. Na? Oh. Na? Was macht denn dein Boot? Ach, das ist... Na, du musst es dir endlich mal ansehen. Du, ich habe vor der Anlage einen Trabi stehen. Komm mit. Das läuft doch ja auch mal zwei Stunden ohne dich. Manfred, ich kann nicht. Gleich kommt ein Nachbar die Decke aus bei seinem... Da muss ich hier sein. Du, wirklich. So? Wer reißt dich denn hier gleich die Beine aus für dich? Oh, Quatsch. Na? Sollte ich Nein sagen und auf dich warten? Dann siehste. Ich habe doch den Trabi bloß geliehen. Ich habe versprochen, es dauert nicht lang. Komm doch mal mit, bitte. Für zwei Stunden komm mal mit. Du doch mal für zwei Stunden hier. Dann müsste ich nicht alles alleine machen. Das ist so. Mutti, wir haben einen Egel. Wir brauchen eine Schüssel Milch. Pass auf schon. Na los. So wird das nichts. Ihr müsst viel weiter weg gehen. Er darf sich nicht beobachtet fühlen. Dann wird das nichts geben. Dann wird das nichts geben. Morgen komm ich mir dein Boot ansehen. Ja, weiß was morgen wird wieder. Hallo, Frau Hoffmann. Schön, dass Sie Wort halten. Immer. Warte. Danke, danke. Danke, danke. 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 Danke.